Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin Südorfer Sam, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen How-To-Video. Jawohl, wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil vom letzten Video. Und wenn ihr das verpasst habt, schäme dich aber kein Problem. Hier oben kannst du es gerne nachhören, da blende ich dir die Infokarte ein. Was du verpasst hast, ich rate dir, schau dir erst das andere Video an, weil wir bauen jetzt hier so langsam noch ein bisschen drauf auf. Und wir befinden uns immer noch nur in der Twitch-Maske, sag ich jetzt mal. Wir haben bis jetzt noch keinen Bot oder sowas benutzt, um irgendwie was an deinem Chat zu machen, sondern wir gehen rein nur das durch, was dir Twitch schon an die Hand gibt. Und quasi der Chat-Bot, der baut dann später einfach Augen drauf. Okay, alles klar. Dann will ich gar nicht lang reden, wir machen direkt weiter und gehen rüber zum Desktop. Wir sind wieder hier auf meinem Desktop und ich habe schon wieder natürlich was vorbereitet. Und mal wieder sind wir auf meinem Zweitkanal unterwegs, der aber natürlich genauso eingestellt ist wie der Erstkanal. Also, ihr klickt oben auf euer Bildchen, geht auf Einstellungen, Kanal und Videos, Sidebar machen wir auf. Und dann gehen wir nicht auf Kanal, wir gehen auf Einstellungen, sondern auf Stream. Da findet ihr das erste, das ist quasi hier Inhalt für Erwachsene. Solltet ihr doch mal vielleicht Spiele spielen, die eventuell nicht so ganz für Leute gedacht sind, die unter 16, unter 18 sind, könnt ihr das aktivieren. Das wird dann einfach nur angezeigt und der, wo auf euren Stream drauffällt, der muss dann einfach dran klicken. Könnt ihr aktivieren, müsst ihr nicht. Dann scrollen wir weiter runter. Das ist die Option, die wir sehen wollen und zwar Rates. Ihr könnt seit ein paar Monaten schon bei Twitch einstellen, wer euch raiden darf. Und zwar könnt ihr hier oben einstellen, wie viel Mindestzuschauern der, der euch raided mitbringen muss. Maximal Anzahl der Zuschauer und Mindestalter des Kontos. Das heißt also, das Konto von der Person, die euch raiden will, muss mindestens so und so viele Tage alt sein. Ja, ich habe bei Mindestanzahl, habe ich die 1 gelassen. Das wurde vorgegeben von Twitch. Maximalanzahl, also ja, wenn einer mit 4K raiden will, darf würde es gerne machen. Aber ich habe hier die Zahl von 30 Tagen auf 120 hochgesetzt. Das sind round about knapp 4 Monate. Weil ich mir einfach denke, kommt die Sicherheit, nehme ich mir mit. Und klar, minimiert es die Wahrscheinlichkeit für ein paar Kanäle, dass ihr euch einfach nicht raiden könnt. Aber es erhöht einfach die Chance, dass eben nicht einfach mal kurz einer hier einen Kanal erstellt, um euch irgendwie ein Hate-Rate etc. zu ballern. Dann könnt ihr hier unten auch einstellen, gar keine Rates zulassen. Dann kann euch schlichtweg gar keiner raiden. Und wenn ihr das hier oben eingestellt habt, dann könnt ihr hier unten, könnt ihr das Ganze quasi noch ein bisschen verfeinern. Und zwar könnt ihr nur sagen, nur meine Teammitglieder. Wobei das trifft eigentlich nur auf Leute zu, die quasi bei Twitch in Teams drin sind. Das kann entweder, wenn ihr ein Partner seid, könnt ihr quasi Teams erstellen. Oder ihr seid in dem Team mit drin, dann könnt ihr sagen, nö, mindestens ein Zuschauer, 120 Tage alt, aber nur meine Teammitglieder, nur denen ich folge. Liste vorgeschlagener Kanäle, meine Abonnenten, jeder mit Affiliate, jeder mit Partnerstatus. Das könnt ihr ganz, wie ihr wollt, einstellen. Und das Geile ist, ihr könnt auf dem Creator-Dashboard, das zeige ich euch auch noch, auch da nochmal die Rates für eine Stunde aussetzen. Weil ihr sagt, hey, jetzt langt es einfach. Ich habe jetzt schon drei, vier Rates bekommen. Ich will keine mehr. Jetzt langt, Leute, aus, vorbei. Dann könnt ihr die für eine Stunde ausschalten. Das ist auch eine coole Sache. Damit hätten wir das schon. Ich empfehle euch das dringendst hier ein. Von dem her wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Teammitglieder, denen ich folge, kann man zum Beispiel machen. Aber da ist natürlich die Frage, wie viele Leuten folge ich oder denen, die ich nur vorschlage. Aber das könnt ihr für euch entscheiden. Ich empfehle euch auf jeden Fall, das hier oben einzustellen. Oder ihr sagt, nö, ich will gar keine Rates. Dann geht das natürlich auch klar. So, dann sind wir hier schon durch. Das könnt ihr für das. Das hier ist quasi während ihr streamt. Und jetzt zeige ich euch noch was, was ihr einstellen könnt, wenn euer Stream fertig ist. Und dafür wechseln wir jetzt aufs Creator-Dashboard. So, aber von meinem Hauptkanal, weil es gibt eine Einstellung, die bekommt ihr erst mit dem Affiliate. Die habt ihr als Nicht-Affiliate eben nicht. Also, wir switchen den Desktop. So, jetzt sind wir hier auf dem Creator-Dashboard angekommen. Quasi auf meinem Hauptkanal. Und es geht jetzt um die vier blauen Icons, die ihr hier unten seht. Plus das eine mit diesem Hellrosa. Ich habe es nicht so ganz mitfahren, aber ist auch nicht schlimm. Ihr wisst, was ich meine. So, wenn ihr am Streaming seid und ihr bekommt abnormal, abnormal viele Rates, weil ihr sagt, hey Leute, es langt einfach. Ich komme gar nicht mehr hinterher, mein Bedanken. Dann könnt ihr hier unten Rates eine Stunde lang pausieren. Das heißt dann quasi, ihr setzt euch quasi so ein kein-Rates-Zulassen-Timer auf euren Kanal, wo ihr sagt, hey, kommt die nächste Stunde, will ich einfach mal meine Ruhe haben. Ich will mal ein bisschen Gameplay vorankommen. Allen mag ich schön Hallo sagen, die reingekommen sind. Könnt ihr mal für eine Stunde pausieren. So, wenn ihr eben mit dem Stream fertig seid, dann empfehle ich euch, müsst ihr nicht, könnt ihr machen. Das geht auch per Bot. Aber wenn ihr sagt, hey, ich habe keinen Bock, mich mit so einem Bot zu beschäftigen, ich nehme das, was mir Twitch an die Hand gibt, dann reicht das auch. Und zwar folgendes, was ich euch empfehle. Wenn ihr mit dem Stream fertig seid, entweder, also ihr macht dann nur Emote-Chat an, könnt ihr quasi keine Nachrichten, könnt ihr Leute nach dem Stream keine Nachrichten mehr an den Kanal schreiben. Chat nur für Abonnenten, das geht erst ab Affiliate, weil vorher habt ihr keine Abonnenten. Das heißt also, es können nur noch eure Abonnenten in den Chat schreiben und auch nur als Emotes. Oder, wenn ihr eben noch keine Ding seid, noch kein Affiliate oder Partner, dann stellt den Chat nur für Follower ein. Das heißt also, es kann schon mal keiner, der euch nicht folgt, irgendeinen Schrott in den Chat reinschreiben. Er kann eh nur per Emote schreiben, was es die ganze Sache schon mal ein bisschen einschränkt, irgendeinen Scam bei euch in den Chat zu schreiben, während ihr nicht da seid. So, wenn ihr natürlich mit dem Stream wieder anfangt, müsst ihr das natürlich vorher rausnehmen. Don't forget! Chat ist natürlich klar, aber ich empfehle es euch, wenn ihr mit dem Streamen fertig seid, der Stream ist beendet, dann aktiviert den Emo-Chat und den Follower-Chat oder halt den Chat für Abonnenten. Weil dann ist der Chat ein bisschen safe gehalten. Die Leute können zwar kommen, gucken, aber sie können eben keinen Blödsinn schreiben. Ja, oder irgendwelche zwielichtigen Links posten von irgendwelchen Filmchen oder etc. und euch dann nachher anprangen und sagen, guck mal, der moderiert seinen Chat gar nicht, obwohl er gar nicht da ist. Ja, das erspart euch viel Ärger, das empfehle ich euch, könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Und dann war es das schon wieder. Wir sind das schon wieder durch. Tju, da bin ich wieder. Servus! Und zwar sind wir schon wieder durch. Relativ kurz, aber das sind drei, sagen wir mal, relativ... Ja, die letzte Einstellung finde ich fast die wichtigsten, wenn ihr quasi mit dem Stream fertig seid, dass ihr euren Kanal eben entsprechend vom Chat her noch absavet. Weil es gibt auch manche Leute, die warten einfach nur, bis ihr offline geht. Und dann gehen die in den Chat rein, posten irgendeinen Schrott und ihr seid nicht da. Ja, natürlich könnt ihr entsprechend noch Bots einrichten, die den Chat auch noch ein bisschen supporten oder überwachen, wenn ihr nicht da seid. Aber es geht am einfachsten. Zack, Stream beendet, Emo-Chat an, Follower-Only oder Abonnenten-Only. Und ganz wichtig, vergesst natürlich nicht, das wieder rauszunehmen. Wenn ihr anfangt zu streamen, das ist ganz wichtig. Aber ich empfehle euch unbedingt, diese Raid-Einstellung reinzumachen. Die finde ich wichtig, weil viele tun den Kanal einfach schön erstellen, um diesen Hate-Raid quasi zu machen. Und dann wird der Kanal quasi danach eh schon wieder gebannt von Twitch, wenn sie es überhaupt machen. Aber er kann eben nicht raiden, weil der Kanal eben von ihm gar nicht alt genug ist, um euch zu raiden. Das heißt also, ihr savet euch da ziemlich gut eigentlich ab. Da sind wir euch schon wieder durch. Im nächsten Video kümmern wir uns noch um diesen Abwehrmodus, den Twitch neu hinzugefügt hat. Das ist quasi euer Panik-Button, der euch savet, während ihr am Streaming seid. Fragen habt oder sagt, hey Simon, kannst du mir das mal erklären oder das wäre passend für ein How-To-Video? Dann schreibt mir das unten in die Kommentare rein. Ihr dürft den Kanal sehr gerne abonnieren und einen Daumen nach oben da lassen. Ihr dürft auch gerne unten aufs Reinschreiben, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch gerne unten reinschreiben. Aber bitte sachliche Kritik nicht irgendwie so, hey, das ist ja voll die Biep und so, ne? Wisst ihr Bescheid. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen richtig schönen Tag. Ich bin raus, heu ist heimlich. Ciao.